Was geht ab, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video an diesem wunderschönen Montag. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir geben uns heute die Outtakes von dem letzten Song aus der Bohne, Akt 1. Mit Akten kenne ich mich aus. Ich freue mich sehr drauf, ich bin sehr gespannt. Wir haben uns gestern das originale Video gesehen, da haben wir logischerweise dann 24 Stunden gewartet und dann waren die Reaktion noch zwei Stündchen gesperrt und 14.30 Uhr ging's dann, glaube ich, online. Also, falls verpasst haben solltet meine Reaktion dazu, über eine halbe Stunde, gebt euch das, ein unfassbar starker Part von Songs aus der Bohne. Link dazu oben im i. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt die Outtakes an. Ich freue mich drauf. Hier nochmal 20 Minuten Outtakes. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich. Let's go. Und auch, ey, danke für die ganzen wunderschönen Kommentare. Und ich will ein paar Leute grüßen, die kommentiert haben gestern. Sarah, Johannes, oder nee, Johann, es war Johann. Sarah, Johann, ähm... Nick, Lisa, welche Kommentare habe ich noch gelesen? Und Mara, Mara. Ihr habt kommentiert und noch hunderte andere, danke dafür, aber die habe ich mir gemerkt. Und auch danke für die ganzen Daumen nach oben, freut mich sehr. Und jetzt können wir ins Video starten, los geht's. Da haben wir es mal wieder geschafft, zu überleben. Und natürlich muss man ein Hauptvideo immer mit einem Outtake-Video ehren. Da sitze ich jetzt hier auf einmal, möchte mich bedanken. Und ihr denkt euch bestimmt nur so, Digga... Was will der als Mann von uns? Immer dieselben Worte, immer dieselben. Ich kann es nicht mehr hören. Aber trotzdem natürlich vielen, vielen lieben Dank für das geniale, hammermäßig geile Feedback. Ich weiß, ich bin noch ein bisschen ruhiger mit meiner Mood, weil wir sind noch am Anfang. Und die Reise hat sich gerade erst begonnen. Und wir sind noch mitten in der Produktion. Und wir haben den Akt 2 noch gar nicht gedreht. Bro. Boah. Noch lange, lange nicht. Ich bin verfügbar für alles, was du brauchst, Joe. Brauchst jemanden, der Kisten schleppt? Okay, ich mach das. Ich will als Bezahlung nur eine Socke haben von dir. Danke. Fertig gedreht. Also drückt uns gerne die Daumen. Aber muss... Ich freue mich so auf die anderen Seite. Dann würde ich jetzt gerne sagen, Outtakes ab, nachdem ich euch noch einmal gezeigt habe, was ich hier anhabe. Ich hoffe, man sieht es gut. Ehrlich nice, man. True Neck auf der Wüste ist da angelehnt. Wer Lust hat auf unsere neue Kollektion, richtig. Ich schicke euch was zu. Und jetzt würde ich mal sagen, viel Spaß mit den Outtakes, nachdem ich mich bedankt habe bei unserem neuen Partner, NordVPN. Der hat mich so gefreut, ne? Der möchte uns unterstützen. Einige von euch haben auch noch gesagt, dass die Samsung Earbuds auch schon mal in der Coop war. Aber es freut mich, Digga, weil das muss finanziert werden. So, wisst ihr, der Scheiß. Und hilft uns dabei, die Hauptvideos mitzufinanzieren. Was mega geil ist. Kurz und ganz simpel erklärt. Wenn du zum Beispiel im Internet unterwegs bist, mit egal welchem Gerät, dann hinterlässt du überall eine Art digitalen Fingerabdruck, mit dem bestimmte Menschen alles sehen können, was du so machst. Mit NordVPN ziehst du dir aber digitale Handschuhe über und hinterlässt somit keine Spuren. Smart. Du willst einen Lieblingsfilm sehen, der aber nur auf Netflix und USA verfügbar ist? Kein Problem. Du gehst mit NordVPN einfach auf einen amerikanischen VPN-Server und schon hast du mit deinem eigenen Netflix-Account Zugang zu allen Filmen und Serien, die es in Deutschland nicht gibt. Das ist ehrlich strong, Jürgen. Das ist so, wofür ich VPN. Du kannst auch Sportveranstaltungen direkt beim ausländischen, günstigeren Anbieter schauen und musst nicht auf die meisten überteuerten deutschen Anbieter zurückgreifen. Das mache ich nicht. Aber so, wenn man Serien bei Netflix gucken will, die es in den USA bei Netflix gibt, dann rein damit. Mit dem Hack meiner Kanäle passiert ist, hätte ich NordVPN auch an meinem Arbeitsrechner verwendet, dann hätte sich mein Rechner gar nicht erst die Trojaner eingefangen. Aber es gibt noch so unglaublich viel mehr Vorteile. Check meinen Link. Das ist mein eigener Link. Das ist mein Link. Check den mal ab in der Videobeschreibung. Kommen wir zu den Outtakes, nachdem ich einen Handstand gemacht habe. Julia konnte das ja nicht im Video. Apropos Julia, ich möchte mindestens 20 Takes davon, wie Julia von diesem Fahrrad runterfällt. Ich zeige es einfach mal hochgehend so und dann machst du die Beine auf und dann machst du die Beine zu. Kann ich auch. Und dann machst du den Schränk und dann machst du... Easy, Junge. Easy. So, auf geht's. Da bin ich mal auf deine Ausrede gespannt, warum du meine Scheiße gar zerstört hast. Junge, ich glaube, es war so lustig, mit Kaya zu drehen. Aber jetzt ist Tabak. Und es schmeckt gut. Aber meine Frau hasst diese, ja? Weil es stinkt nach Hund. Ey, das hirnert mich so an diese alten Zeiten. So, ähm, Kaya hat früher auch mal, natürlich, was guckst du, hat er gemacht. Aber er hat auch in so anderen Sendungen. Allgemein so diese Sat.1-Sendungen. Da lief auch, was guckst du, soweit ich weiß. Aber auch Sechserpack, die Dreisten 3. Ähm, Sechserpack, die Dreisten 3. Äh, diese Sendung von Alles, Alles Atze. Junge, das habe ich als Kind geguckt. Mit dieser deutschen Comedy bin ich aufgewachsen. Eben auch mit Kaya Janar. Mit der deutschen Comedy bin ich aufgewachsen. Weil das lief immer so die ganze Woche. Und wenn man Ferien hatte, 0 Uhr bis 4 Uhr oder so, lief auf Sat.1. Ich glaube, am Wochenende liefen da andere Sachen. Aber in der Woche lief dann immer so Sechserpack, die Dreisten 3. Und Alles Atze und Was guckst du und keine Ahnung was. Rauf und runter. Das habe ich so enjoyed, Junge. Du hast diese Tabak, man stinkt nach Hund. Er ist aber auch so natural funny einfach. Gib es Sparky. Kicken Sie mit so. Ja, stimmt. Ja, war und so. Meine Frau macht sowieso viel zu viel Stress. Jetzt gib mir Sparky, sonst rufe ich die türkische Weidwurfs-Baklava-Scheiße-Dreck. Jetzt gib mir Sparky oder ich hole die türkische Baklava-Weidwurfs-Waffel-Verein. Ich würde interessieren, wie viele Jellybeans oder hier andere Marke einfügen, wurden konsumiert. Okay, ADR, Ruhe bitte. Los, gibst du mir Sparky. Was machst du überhaupt in meinem Garten? Alles kaputt, guckst du. Du kleiner Scheiße, alles hast du umgegraben. Du blöd Mann. Guckst du, du erscholler Schenk, du Sohn von einem Esel. Das ist ein anderer Esel. Das hätte, das hätte mit reingewusst. Ich arf, die ganze Scheiße. Leck mich aber. Wer bist du überhaupt? Ich geb dir gleich. Pass auf, du. Was soll? Äh, in deine Fresse. Aber warum liegt tot im Kopf neben deinem Tabak? Er ging aus wie eine Frau, die du vor Jahren vergaben warst. Wo ist deine Frau? Digga, das muss Anstand gewesen sein. Ich bin nicht hin oder ich sie da nicht. Ich glaube, es gibt da etwas krasses, was du mir nicht sagst. Okay. Geil. Du hättest nicht gedacht, dass du so viel Spaß heute hast. Gibt's hier wirklich lustig? Warum? Dieser Puppenkasten ist so geil, Junge. Ah, scheiße, eine kaputt. Ich wusste ja in dem Video nicht genau, wer das ist, aber hab den Song erkannt. Und der Dude, den Juhi spielt, der hat einfach unter dem Musikvideo von Songs aus der Bohnen kommentiert, Junge. Der hat so, keine Ahnung, wie viele 20 Millionen Hörer auf Spotify im Monat oder so. Das ist so übel bekannter Dude. Und der, ob wir sie kein Deutsch spricht. Und der hat einfach da kommentiert und meinte, irgendwie, das ist gut, diese oder so. Übel nice. Du, Vogelsohn, du. Ey, das hab ich auch so gefreut, dass Green da war, Mann. Green, die ist die Green in der Erde. Tim? Reiben. Oh Gott, das ist mit so komischem Bewerbkasten. Das hat mich so gefreut, dass er da war. Das hab ich mich kurz vergessen. Wieso bleibt da kein Dreck? Das ist doch gleich wieder weg. Das ist die Green-Fähigkeit. Nicht schlecht. Hallo, Herr Yildirim. Ich fände gerne noch genauso noch ein. Warte noch auf das Go. Oh, schuldig, Go. Hallo, Herr Yildirim. Oh, Fala. Ewisch süß, Mann, keine Ahnung, ich find's voll schön. Ich hatte ja vor drei, vier Wochen noch mit Green gequatscht, kurz, als er in Hamburg seinen Gig hatte. Und keine Ahnung, er ist wirklich so happy, die ganze Zeit immer am Strahlen. Und ich glaube, ich hab noch nie jemanden getroffen, der so innere Ruhe und Fröhlichkeit ausstrahlt, so sehr wie er. Ja, alles super. Gute Morgen, Herr Yildirim. Gute Morgen, Herr Yana. Hi, wie geht's dir? Ah, das war also noch eine Version mit Herr Yana gab's noch, okay. Guten Morgen, Herr Yana. Jetzt gehen wir nochmal kurz close. Genau, close up. Alles, dann behalte ich das hier. Cool. Mach mal schneller, ne? Ja, auf eine Stimme, da ist doch immer so schnell so geworden. Irgendwann, bist du ja doch. Hallo, Tintfischmann. T-Tun. Thunfischmann. Ey, auf die Outtakes brauche ich mich jetzt auch. Thunfischmann. Tintfischkopf. Tintfischkopf. Was? Guck mal, Tänze. Gönn mal Apfeldaft. Die gucken gar nix. Ich glaube, das ist super schwer mit Kindern zu drehen, so. Weil da halt auch so viele sind, die auch einfacher laschen vielleicht. Aber die haben das alle echt gut gemacht. Dicke Props, dicke Props auch an die Kinder. Die haben das super gemacht am Video. Ehrlich. Bitte. Tantentricks, Kindle. Nein. Sind Sie ein Spanner? Aber auch Alice, der hat das eigentlich gut gemacht, was ich sage im Video. Ich weiß nicht was es ist bei Jon, aber wenn du Jons Gesicht in irgendein anderes Kostüm reinsteckst, wenn du das Gesicht rausguckst, ist es einfach süß man, es ist einfach niedlich. Die letzten zweieinhalb Jahre waren die besten meines Lebens, ich habe jetzt eine Familie. Stimmt, Finsch versucht es zu kochen und by the way... Oh nein, brech der Tisch zusammen? Okay, dachte er auch kurz. Oh, oder diese Bohle da läuft aus. Sympathisch. Okay. Und bad. Wie in so einem Horrorfilm war das, Junge. Dauert halt. Ja, ja, ja. Der war echt so gut für den ersten, Junge. Wie viel kurz ist dieser Tornado da drin? Ron wäre bestolzen. Ich bin ganz scharf, aber... Was viele nicht wissen, Jon hatte ungefähr 25 Takes und er hat tatsächlich Bier getrunken jedes Mal und der Rest hiervon war improvisiert und ist einfach so da rausgekommen. Alle Bibi-Nators gerade. Sogar einfach noch in den Outside-Videos einfach noch ein bisschen roasten. Wirst du das hier am Arsch machen, Obo? Oh. Okay. Was kommt als Nächsten? Ey, da, wenn ich so ein Geschenk sehe, fällt mir so eine Story ein als Kind. Vielleicht kennt ihr das. An Weihnachten, es gibt so, wenn man das Haus schmückt, so Galanten, wo so kleine, Geschenke dran sind. Oder man macht an den Weihnachtsbaum, das ist glaube ich üblicher, an den Weihnachtsbaum so kleine Geschenke ran. Und ich hatte in meinem Zimmer so eine Gelande, wo so kleine Fake-Geschenke halt, also wo nichts drin ist logisch, aber so Styropor, so eine Gelande irgendwie, wo diese Fake-Geschenke dran waren. Und ich dachte mir, keine Ahnung, wie alt ich da war, sieben, acht. Digga, das sind ja kleine Geschenke. Ich mach die mal auf, da sind ja kleine Sachen drin dann auch. Und dann habe ich so jedes einzelne. Ich habe noch drei, vier Geschenke nicht gecheckt. Oh, da ist nur Styropor drin. Okay. Mach das nächste auf. Oh, Styropor. Oh. Ich habe alle aufgemacht davon. Und bei jedem war ich genauso enttäuscht wie beim allerersten, dass da nur Styropor drin ist. Welt zusammengebrochen für mich. Junge, das tat voll weh, glaube ich. Die ist noch nicht aufgetaut gewesen. Junge, das sah so doll aus. Da fängt jetzt jemand an, irgendwie Gartenarbeit zu betreiben, irgendwo an einer riesigen Hecke. Ja, was soll man sagen, ne? Wir hassen alle Videodrehs. Das ist aber, glaube ich, das Schlimmste, so Sachen, die du dich einberechnen kannst. Ne, Bro. Nukulele. Ja. Scheiß doch drauf, John. Wir hassen alle Videodrehs. Go. Passiert mir irgendwas Schlimmes? Ich verspreche dir dieses Mal nicht. Alter. Basketball-Profi. Ne, du machst soft. Kriegst du noch ein bisschen härter, oder? Passiert mir irgendwas Schlimmes? Ich verspreche dir dieses Mal nicht. Oh, das muss, glaube ich, voll schwer gewesen sein. Deswegen, oh, erstmal hier ins Auge hat das gerade bekommen. Aber nicht darauf zu achten, weil wenn ich weiß, ich werde gleich in meinem Gesicht abgeworfen, würde ich dir so den Text sagen. Ja, wir müssen aufpassen, so. Junge, ich würde das null hinbekommen. Ich verspreche dir dieses Mal nicht. Oh. Oh, jetzt habe ich sogar ins Auge bekommen. Wir drehen jetzt mit einer professionellen Stuntfrau. Oh ja, darauf freue ich mich, darauf freue ich mich. Dass ich mich getraut hat. Okay. Okay. Zwei. Drei. Vier. Wenn ich reich wäre, dann würde ich mir voll gerne einen Heißluftballon kaufen, damit auch Vögel mal in der Zeitung. Junge, aber voll süß wie Julia Soloron. Guck man. Dieser Melonenhelm auch. Süß. 1 zu 1 wie Jude am Anfang des Videos gemacht hat. Ich bin sehr stolz. Ich bin sehr stolz. Genauso exakt. Ey, das war aber impressive. Ich sage es, was ihr wollt. Okay, das weniger. Sie hat gut angefangen und sehr stark nachgelassen. Fuck. So einfach geht das mit ihr. Entschuldigung. 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 Ich wollte mal ein bisschen... Ja. Das war mal da. Oh. Ich könnte mich auch mal irgendwie böser hinstellen. Ich stand die ganze Zeit so. Und ich wollte was. Äh. Ein bisschen. Nö. Ein bisschen. Go. Ey. Das fand ich irgendwie lustig. So eine Stimme bringt eigentlich eine gute Idee ein. Und einfach so. Nö, Digga. Kannst du ein eigenes Video machen? Hier. Spür mir nach meinen Regeln. Nämlich. Das war auch ein Video. Das war süß. Was ist das? Ahahaha. Ja. Was ist das? Todesangst gerade. Alter, was das ist? Ich meine, Schopfbedürftige. Und wir brauchen einen Ort, um die Bohnen in sicherer Umgebung zu tüchten. Man merkt, ihr seid ehrliche Menschen. Oh Gott. Oh Gott. Das Schlimmste, Verrat. Ich glaube, Strohpulse hier heute ja auch einfach natural funny ist, Mann. Meines ganzen deutschen Lebens. Stopp, warte, warte, warte. Ein bisschen schneller. So lange gedauert. Das ist das Schlimmste, Verrat meines ganzen deutschen Lebens. Junge, ich habe ehrlich Sorgen gemacht gerade. Das ist doch so süß. Und so. 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 Okay, wir sind null synchron. Ihr wart null synchron. Ich auch. Okay. Ihr habt recht. Kein Mensch braucht Haare. 70-30-Tig. 70-30-Tig. Sass. Nein, ohne. Ohne. Yeah, wenn der. Der Bogen von Sass soll. Sass. Nein. Nein. Junge, ich texte. Ich finde Leute einfach so. Aber also, in dem Moment, so für uns, ist es jetzt ganz anders, als in dem Moment, wenn man da irgendwas nicht hinbekommt oder, Digga, wie rot bin ich denn gerade? Hallo? Was ist denn mit der Belichtung gerade los gewesen? Sass. Aber in dem Moment ist es ganz anders, als für uns denkt man so, ja, Digga, sagt den Text einfach richtig. Aber es ist ganz, ganz schwierig, wenn man selber wirklich da so steht und den Text aufsagen muss. Wie diese Frau bei der Tagesschau, die macht so, Sass. Nein, die macht das, ach, Digga, halt. Okay. Genau, und außerdem bekommt ihr nur Heilerde und Reisdünger, da wächst das Gras immer schön nach rechts. Das ist zu arg, halt. Genau, und außerdem bekommt ihr nur Heilerde und Reisdünger. Der hat so eine wunderschöne Stimme, dieser junge Mann, Alter. Reisdünger, da wächst das Gras immer schön nach rechts. Mia ist da hinten drauf. Nein, der ist da hinten drauf. Junge, wie süß. Die Scheiß gibt es immer mir, oder? Ich werde es auch machen, wenn du sagen willst. Nee, sagst du mal, wenn man kann es machen, dann musst du reden. Junge, so haben die das gemacht. Ich dachte, Real Talk, ich dachte, dass dieser Sprühdüngs animiert war. Das kam nicht aus seinem Augen, genau. Die haben eine Sprühdose hinterher, hat er selber hinter seinem Kopf gehabt. Das ist kalt. Oh, da ist aber einiges drin. Ich bin hier drin, wird niemand suchen. Nicht so tief. Was? Was wollen die sich aktiviert? Ja, Mann. John, stopp den Boden. Junge, dass da keiner hingeflogen ist von den beiden, das ist auch ein Kunstwerk für sich selbst. Okay, das war nicht ein bisschen zu hektisch. Action! Verkommen ausgemacht. Wie geil ist das Michael Smollig da, aber, Digga. Was machen die da? Ah, ich musste sagen, scheiße, sorry. Das ist LVG-Razzia! Ey! Oh, sorry, nochmal. Sie wollen fliehen! Scheiße. Irgendwann ist es auf die Fallen. Oh! 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 Das sah gut aus! Das sah gut aus! Das sah gut! Keine Sonne? Keine Sonne? Ja. Das ist schwer. Keine Sonne? Ich dachte gerade für eine Sekunde zu lang gefühlt, hä? Wer ist denn dieses Mädchen da vor John da? Dieses Jahr kann ich mich gar nicht erinnern, aber es ist einfach Drew als TeeLo gewesen. Oh, lass ich in die Hände... Was soll das? Ja, hast du dir in die Hose gepickelt. Stark! Stark! Schon wieder eingepickelt! Das Kabel. Wie war das? Das Kabel. Wie war das? Das Kabel darf jeder sagen. Das Kabel, oder? Das ist der Kabel? Ich weiß es nicht. Das Kabel. Das Kabel. Du sagst immer der Kabel. Du sagst immer der Kabel. Der Kabel. Du sagst immer der Kabel. Ja. Es ist... Aber es ist doch das Kabel einfach. Der... 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 Der Kabel Salat. Der Kabel Bruch. Das Kabel. Der Kabel... Jauch. Oh! 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 Ich war gestern Nacht mit deiner Schwester. Enough! Ja, ich weichte! God! Ich freu mich halt nicht! Ich finde gut, dass Ju nur eine Socke anhatte und John zwei verschiedene Socken. Ist mir nicht aufgefallen beim ersten Mal. Gott! Ich wollte mich halt nützlich machen. 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 Hey! Was hast du vor? Das sieht so süß aus, Jürgen. Das sieht so süß aus. Sag mir, was ihr wollt. Ey! Was hast du vor? Ey! Was hast du vor? Was hast du vor? Oh Mann! John... John sag ich schon. Ju guckt immer so richtig enttäuscht von dem. Was ich glaube. Und bei der Arme. Die Bohnen können wir jetzt eh nicht mehr benutzen, um beruhmt zu werden. Sonst findet uns die Polizei! Ja. Kannst du nichts mehr sagen, ne? Gott! Die Bohnen können wir jetzt eh nicht mehr benutzen, um beruhmt zu werden. Sonst findet uns die Polizei! John! Ja! John! Jürgen Bam! Stell dir mal vor. Stell dir mal vor. Jürgen wird einfach so privat von allen Jürgen Bammer gesprochen. Einfach auch so von seiner Marm oder so. Das ist mir ganz unangenehm. Was? Ich mag ihn! Oh, das war so eklig, Jürgen. Oh, du hast gelacht, Jürgen. Ja, Jürgen. Kann man auch gucken? Kann man auch gucken. Oh, das war so eklig. Also, es war obviously esbar, aber trotzdem. Das musst du mal kurz sauber machen. Keine Waffe haben. Was? Was? Ein Chicken Nugget! Er würde dich gerne unter Vertrag nehmen. Schade. Na, ihr lügt. Das sehe ich immer, wenn er sein Auge zuckt. Jogi, das war so lustig. Das war mit der besten Joke, fand ich irgendwie. Einfach dieses übertriebene Augenzucken von John. Wir würden dich gerne unter Vertrag nehmen. Schade. Wir würden dich gerne unter Vertrag... Ja, jetzt haben wir einen Flieger. Okay, mega krass. Okay. Siebkunst Bandause! Es ist ein Wunder, dass die Ukulele nicht kaputt gegangen ist. Ja, jetzt wirft die alte mal raus. Sorry, ich habe hier die Kamera gemacht. Ich habe übrigens aus den Kommentaren gelesen, dass das wirklich Revis Dad ist, Mann. Ich habe zu Hause schon einen stressigen Sohn. Den hier. Perfekt. Danke. Ich bin der Udo und der Junge sieht wirklich sehr stressig aus. War noch nie so gut wie jetzt. Das war gut, Digga. Das war gut. Ich bin der in Maybach. Komm, in den Schaltklub. Du gehst ohne Eier. Weil die so schlechte Anmesser dabei hat. Wenn es nicht kränzt, dann grinst einfach. Oh Gott. Komm, aus! Du bist fresh! Oh! Du brauchst keinen Tester! Du musst mal haben. Was war da vorne? Julia hat das so gut performt. Sag, was ihr wollt. Das ist so gut. Das ist so gut. Das war mal klar. Kamera. Na, ihr meint, ist ja da. Jetzt müssen wir nur noch auffassen, dass niemand ohne Bohne singt. Oh! Julia ist live! Oh, du bist ja viel weiter nach vorne gekommen. Aber das Ecken war geil. Ja. Okay, nochmal. Oh Gott, wie enttäuscht. Mach einfach genau das gleiche nochmal. Julia ist live! Hör doch auf zu lachen, Alter. Ich hab'n Elefant und innen... Ich kann das nicht texten. Ich hab'ne Rolli am Bein. Nein! Ich wünsche mir, dass Rezo sich zur Aufgabe gemacht, aus diesen schlechten Takes von Julia einen richtig guten, guten Remix zu machen. Darauf warte ich. Einmal astumpel! Ey, ganz kurze Frage. Meine... Ey, übrigens. Früher habe ich am Ende vom Video immer gesagt, willkommen zum kleinen, großen Mini-Fazit. Und ich habe lange überlegt, wie ist das dazu gekommen, dass ich das sage. Und ich glaube, ich habe das von Joey übernommen. Weil Joey hat früher, vielleicht sagt das immer noch, Hallo, meine kleinen Mini-Freunde! Und ich habe einfach kleines, großes Mini-Fazit draus gemacht, glaube ich. Egal. Meine kleinen Mini-Freunde würde ich deswegen sagen. Deswegen bin ich drauf gekommen. Ey! Sollen wir uns die Folge-Vision auch noch geben? Alle in einem Video vielleicht mal? Oder nicht? Schreibt's gerne mal in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, dann sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Ich hoffe, ihr hattet eine wunderschöne Zeit. Ihr konntet abschalten, konntet relaxen, relaxen und dann sehen wir uns. Bleibt fresh und so gut aussehend, wie immer natürlich. Falls ihr auch gegrüßt werden wollt, kommentiert mit eurem Namen und dann sehen wir uns. Ciao!